Dann machen wir weiter mit diesem Trigger. Und ich darf den ganzen Bauch schnell erraten. Achtung. Ich weiß nicht, dass die Koffer oder Koffer entgegen ist. Das war heute, wenn ich jetzt noch ein paar Ouellen für einen Koffer habe. Ich habe einen eigenen Koffer im Koffer. Ich werde das Koffer vom Koffer haben. Ich konnte die Koffer nicht mehr kontrollieren. Dann wird das Koffer nicht mehr. Ich wollte nur noch einen Koffer. Ich würde mich einfach nicht mehr mit Ihnen befassen. Okay. 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 Bist du bereit für den wunderschönen Trigger? Es war dieses, 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 dieses Kühlbett. Und es sieht so wunderschön aus mit dem blauen Kügelchen. Schau dir das an, wie die Funkeln. Es sieht aus, als hätte ich den, den Ozean eingepackt. Ich habe auch eine Stelle letztens hier entdeckt. Die ist so kristallklar. Ja, ich stelle mehr auf den das hier mal ein. Das hat mich gerade voll hier dran erinnert. Decke, 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 decke.